Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode The Division. In einem neuen Bezirk sind wir, denn wir wollen den Sicherheitsflügel, ja den Techflügel diesmal ausbauen. Und wir sehen hier das Garment District Stufe 5 bis 9, Safehouse gesperrt. Wollen wir mal schauen, welche Missionen es hier gibt. Da oben ist das Safehouse. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es schlau ist, das zuerst zu befreien. Ach, drauf geschissen. Wir gehen hier direkt zum Einsatz. Die lokalen Stromausfälle konnten bis zu den Generatoren in der U-Bahn leicht nahe verfolgt werden. Suchen Sie den vermissten JTF-Ingenieur Paul Rhodes. Helfen Sie ihm, die Energieversorgung wiederherzustellen und ermöglichen Sie ihm die Rückkehr in die Operationsbasis, um den technischen Flügel zu eröffnen. Wir erhalten eine Waffe und Paul Rhodes. Wollte ich gerade sagen, die gehen davon aus, dass ich den einfach da raushole. Aber wenn der doch nicht mehr aufgetaucht ist, dann sind die Chancen doch gar nicht mal so gut, oder? Dass er überhaupt noch lebt. Naja. Die U-Bahn-Leichenhalle. Hilfsrelais lokalisiert. Ziel erfasst. Unter Ebene 3. Ich würde gerne den Schwierigkeitsgrad festlegen für die Mission. Sieht fast so aus. Ah, hier. Okay. Schwierigkeitsgrad festlegen. Wir nehmen natürlich den schweren Schwierigkeitsgrad. Dafür halten wir ein blaues Ausrüstungsobjekt. Empfohlen der Stufe 6. Sarah wollte die Baustelle als Massengrab nutzen, was das Interesse der Cleaners daran erklärt. Vermeiden Sie nach Möglichkeit jeden Kontakt. Aber tun Sie, was nötig ist, damit Rhodes uns den Saft wieder anrehen kann. Das heißt, falls er noch lebt. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt. Äh. Das ist geil. Ziel erfasst. Unter Ebene 3. Vor allen Dingen bei den Cleanern, die hier überall sind. Oh, oh, oh. Das ist schlecht. Da kann ich nicht in Deckung gehen an der Treppe. Wow, die rücken aber richtig gut rein. Die Cleaners. Die Jungs. Ja, sieht infiziert aus. Ja, absolut. Ich schieße aber auf deinen Tank da hinten. Ah, es wird Zeit. Ah, dass mein Heal wieder ready wird. Alter, stirb. Ich mache dir ganz schön Druck auf mich. Wow. Oh, Heilung. Oh, Alter. Das war knapp. Wow. Ja, die schweren Missionen sind nicht ohne. Ich habe es schon oft gesagt. Ich werde es immer wieder sagen. Der Schwierigkeitsgrad hier im Spiel ist nicht ohne. Sowieso hat das gerade mit der Handgranate nicht geklappt, als ich die werfen wollte. Hm. Wow. Gut, ein Erste-Hilfe-Kit. Das kann ich gut gebrauchen. So, ich höre noch ein. Wo bist du denn? Wir wissen ja, dass wir hier in den Missionsgebieten, wenn wir uns genau umschauen, immer wieder Kisten und sowas finden, die sehr hilfreich sind, beziehungsweise die guten Loot für uns beinhalten. Deswegen werde ich auf jeden Fall die Augen offen halten nach Loot. Denn hier überall könnte er sein, versteckt in den Nischen. So. Schon sind wir wieder vollgeheilt. Was ist das für ein Symbol da? Ah, Dietrich-Set. Ah, geil. Habe ich aber nicht. Schade. Seid mir mal weg mit deinem Flammenwerfer. Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. Was kommt da für ein Verrücker? Okay. Ein Typ mit nem Schild. Ah, das fuchst mich jetzt schon wieder, ne? Dass ich da kein Dietrich-Set hatte. Rhodes ist nicht gerade unser Wunschkandidat. Er hat das nötige Fachwissen, aber es heißt, er sei... ...exzentrisch. Was eine nette Umschreibung für paranoides Arschloch ist. Okay. So einen wollen wir haben. Naja, man muss nehmen, was man kriegt, ne? In diesen Zeiten. Ich schaue mich hier nochmal schnell um. Ob hier irgendwo... ...Güter sind, die ich gebrauchen kann. Oh. Boom. Okay, die explodieren gar nicht ganz, wenn es Elite-Gegner sind. Aber wir haben schon gut Schaden gemacht. So ist es nicht. Also die Explosion, meine ich, hat gut Schaden gemacht. Ja, so einfach auf uns zulaufen lassen. Dürfen wir die allerdings nicht. So, der ist Geschichte. Boom. Wow, viel Munition haben wir schon nicht mehr. Jetzt fällt, dass hier die nächste Munitionskiste kommt. Ich bin nicht infiziert. So, dann wird, glaube ich, Zeit, dass wir mal die Waffe wechseln. Wow, Alter. Der drückt ja über das Trieben rein, der Typ. Der hat doch eigentlich auch nur einen Flammenwerfer mit. Was schießt der denn da? Wow, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass der mir auf einmal so übertrieben drückt. So, wenn wir hier mal schauen. Oh, da sehe ich schon die nächste Munitionskiste. Was haben wir da? Wahrscheinlich irgendeine Granate sein. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was diese roten Symbole sind, die ich da immer bekomme. Das, was ich nicht aufheben kann. Sind das Granaten? Da sind sie. Der hat gesessen. Direkt mal drei Cleaner low geschossen mit einer Spicky Bomb. So, da sind noch mehr. Kontaminierte Zone haben wir vor uns. Benötigt Filter 1. Das ist dann bestimmt die Zone, wo sie die Leichen aufbewahrt haben. Das U-Bahn-Massengrab hier. Okay, hier geht es nicht weiter. Ich hoffe, da ist vielleicht noch ein kleines Geheimnis oder sowas. Hier komme ich wahrscheinlich sowieso runter, oder? Ja, gehe ich, oder? Okay, da sind die Cleaner alles am Ausräuchern. Ich bin mir nicht sicher. Komme ich hier überhaupt rüber? Nee. Kann ich gar nicht rüberspringen. Vielleicht komme ich auf dem Weg hier runter. Weil es gibt hier hier rechts, wir sehen es oben auf der Minimap, rechts eine kontaminierte Zone. Mit dem Projekt sollte das U-Bahn-System ausgebaut werden. Es war noch nicht fertig, als die Dollar-Grippe ausbrach. Öffentliche Bauten in New York folgen ohnehin ihrem eigenen Zeitplan. Jetzt gehen wir natürlich mal gucken, was die Sache ist. Und hier haben wir eine Kiste, genau wie ich es vermutet habe. Mit einem neuen Gewehr drin. Sehr nice. So, mal schauen, was das Gewehr kann. Ich glaube, ich schaue das direkt mal nach. 2100. Eine P-416 Militärversion. Das ist auf jeden Fall viel besser, als das, was wir da im Moment ausgerüstet haben. Wir haben aber hier noch eine AK-47. Die ist allerdings ziemlich ungenau. Oder nehme ich, glaube ich, lieber die hier. Da muss ich nur die richtigen Mods dran machen jetzt noch. Ähm, vom P-64 Militärversion. Müsste stimmen, oder? Ja, RPK. Vom RPK dürfen wir die Mods nicht abmachen. Okay. Gut. Ja, oder? Der ist doch besser hier. Magazin. Nehmen wir. Und Optik. Nehmen wir auch. Oh, wir haben hier noch eine holographische Zieloptik. Nicht schlecht. Neues Gewehr am Start. Probieren wir gleich direkt mal aus. Aktivieren Sie das Energie-Relais. Okay. Okay, das Energie-Relais. Hm? Hier soll eine Kiste sein. Okay, die ist unter mir. Ich würde eigentlich gerne mal hier unten gucken gehen. Komme ich hier gleich noch hin? Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich muss ich erst dieses Relais aktivieren. Und dann geht es wahrscheinlich eh hier weiter. Dann mache ich das schnell. Bestätigung. Lokalen Stromnetz online. Wer da eben das Licht eingeschaltet hat, ist entweder von der JTF oder hat sich verlaufen. So oder so. Danke. Hier, Felao. Ich mische mich kurz ein. Die Hilfe ist von uns, Rhodes. An wen auch immer. Machen Sie sich auf den Weg zum Sekundär-Relais. Und sobald Sie Leichen sehen, setzen Sie schnell die Maske auf. Sonst sind Sie tot. Ja, wir sehen Leichen. Boah, guckt euch dieses Massengrab an, Leute. Das ist schon echt gruselig, oder? Wenn ihr mal denkt, das wäre jetzt echt die Realität. Das ist natürlich immer schwer. Mir fällt es immer schwer, sich so rein zu versetzen. Wenn man so Spiele sieht. Aber wenn das jetzt wirklich echt wäre. Und hier diese U-Bahn-Station mit den ganzen Leichen. Das wäre schon echt gruselig. Oh, Cleaner. Da kann ich die Cleaner auch ein bisschen verstehen. Ein bisschen kann man sie verstehen. Aber wenn ihr natürlich viel zu radikal sind. Aber sie haben zumindest ihre Gründe. Nicht so wie die Riker. Die Riker sind einfach nur scheiße. Cleaner sind auch scheiße, aber... Die versuchen wenigstens... Die haben wenigstens... Die denken zumindest, die tun das Richtige. Ich hoffe, die Riker wissen, dass sie scheiße sind. Naja, obwohl so gesehen... Auch bei den Rikern haben wir schon mitbekommen... Dass dort welche Waren... Die Gewissensbisse hatten... Wenn sie dort Leute... Gekidnappt haben und... Sachen erpresst haben. Denn auch die Riker... Haben Familie und tun das... Um ihre Familie... Irgendwie am Leben zu halten. Um sie irgendwie zu ernähren. Also man muss immer vorsichtig damit sein... Wenn man hier die Leute über einen Kamm schert. Wann muss ich denn hin? Muss ich hier erst aktivieren, ne? Dann geht's da weiter. Es wäre Licht. Hier geht's ja auch noch lang. Es gibt hier scheinbar... Ganz viele Wege, die nach Rom führen. Und... Wieder was entdeckt. Also es gibt auf jeder... Bei jeder Mission immer... So versteckte kleine Kisten. Da, dieses Symbol. Wenn ihr das wisst... Was das heißt... Da wäre ich sehr dankbar, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben würdet. Ob das einfach so ein Universal-Symbol ist? Für Inventar voll? Oder ob... Weil... Mein Inventar ist ja nicht voll. Das kann ja eigentlich nur eine Granate oder... Oder sowas sein. Die ich nicht aufheben kann. Okay, hier haben sie die Flaggen. Sind das tote Soldaten? Die jetzt hier liegen. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Okay, da hinten sind wieder... Cleaner. Stirb. Ah, die Cleaner, die machen echt... Die machen echt viel Schaden. Und das ist ja noch nicht mal... Der Flammenwerfer. Ich will gar nicht wissen, wie krass der Schaden macht. Wenn man von dem erwischt wird. Da, da habe ich zum Beispiel jetzt ein Dietrich-Set aufgehoben. Das war das gleiche Symbol. Nur in weiß diesmal. Und hier ist es jetzt wieder in rot. Stromkreisunterbrecher. Ich drücke mich hier mal kurz um. Ich habe bestimmt extrem viele von den Kisten übersehen. Komponenten nehmen. Okay. Wusste ich doch, dass ich das jetzt wieder verteidigen muss. Oh Gott, ich dachte von hier oben hätte ich eine gute Position. Das ist aber total beschissen da oben. Oh Gott. Komm schon. Jetzt lad mal die scheiß Waffe nach. Mein Gott. Alles nur, weil ich die falsche Position hatte am Anfang. Ich habe mich direkt hier in eine schlechte Lage gebracht. Und hier kann ich mich nicht an die Wand lehnen. Das ist auch immer schlecht. Kann ich nicht in Deckung gehen? So, der eine Spaten kommt schon. Schieße ich dir in den Fuß, Junge. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Scheiß die Wand dann. Es klappt tatsächlich. Kein Spannungsabfall mehr in Lower Manhattan. Noch ein paar Aktionen wie diese und wir sind im Geschäft. Wir sind hier. Wie klappt die Eile? Ah. Ich muss mich gerade mal ein bisschen konzentrieren, Leute. Deswegen bin ich zu still. Oh, komm schon. So, da war noch ein dritter, oder? Nicht? War da nicht noch ein dritter? Primäre Schaltanlage erreichen. Wo ist denn unser Rhodes? Ach, was du nicht sagst. Äh, okay. Von wo? Ist richtig. Okay, von vorne. Ah, da hinten. Jawoll. Ja, ist ja höhere Position, da haben die Jungs nicht viel entgegenzusetzen. Was ist das? Muss ich da runter jetzt? Sieht so aus. Oh, komm schon. Wow. Für sowas ist es halt ganz gut, wenn man einen Tag wirklich hoch hat. Dann kann man den Heal oft und stark benutzen. Denn die Heilfähigkeit wird dadurch stärker und der Kulon wird dadurch kleiner. So, der explodiert jetzt erstmal schön. Und da haben wir, glaube ich, den Endgegner, oder? Indypack. Auf jeden Fall ein Goldener. Naja, named ist es nicht. Einfach nur ein Goldener Elite. Okay. Über ein paar Medi-Packs würde ich mich auf jeden Fall freuen. Mist. Ist er doch tatsächlich noch rausgekommen? Gut gemacht. Wird gemacht. So, Splittergranate haben wir da aufgenommen. Also, es werden Granaten sein, schätze ich. Ihr könnt mir das gerne nochmal in die Comments schreiben und mir das bestätigen. Wenn ja dieses rote Symbol ist, denke ich mal, sind das Granaten, die ich nicht aufnehmen kann. Oh, shit. So, jetzt kann ich die Komponente vielleicht nochmal nehmen. Komm schon. Erstmal nicht alles tun muss hier als Division-Agent. Jetzt kommen wieder Gegner, wie es scheint. Ich muss das mal lieber hier liegen. Werden schiebt der denn da? Wow, erstmal weg. Ja, kam mir schon gefährlich nahe, der Typ. Mit seinem Flammenwerfer. So, nehmen wir die Komponenten nochmal auf. Die Folge ist schon wieder ein bisschen lang, Leute. Aber ich hoffe mal, eigentlich, dass jetzt hier die Mission gleich beendet ist. Warnung! Feinde nähern sich ihrer Position. Ja, sag mal. Oder lebt noch. Komm schon. Na, komm. Jawohl. So, komm schon. Meinen neuen Revolver habe ich auch noch gar nicht benutzt, den ich hier gerade in der Hand habe. Gerade den ersten Schuss damit abgegeben. Jetzt muss ich wahrscheinlich das nochmal verteidigen, wenn ich das eingesetzt habe. Ich hoffe, Sie können im Dunkeln sehen, weil ich Sie im Kontrollraum brauche, um die Sache abzuschließen. Je früher wir aus dieser Gruft rauskommen, desto besser. Ist er das da hinten? Doch auch. Warten Sie kurz. Da oben, das wird er sein. Das ist mein Gott, ist das Ding laut. Okay, ich mache mich jetzt im Kontrollraum an die Arbeit. Kleines Update von mir, es wird gleich echt schnell echt dunkel. Der Strom fließt nur zur Basis, wenn ich neu boote. Also wird alles für eine Minute runterfahren. Leck mich aber Arsch. Bei den Generatoren haben Sie aber richtig hingelangt. Der letzte große Hurrikan hat der Beschaffung wohl zu denken gegeben, denn diese Babys halten einiges aus. Widerspenstige Bieste, aber vielleicht haben wir Glück. Okay, jetzt wird's ernst. Keine Neustartzone. Was auch immer das genau heißt. Ich würde mich erstmal evadonisieren. Junge, er nimmt das. Ich seh doch seinen Kopf. Wow. War's das schon? Nein, da kommen noch welche. Da oben? Und schauen. Ah, das Stromgewehr ist auf jeden Fall deutlich präziser. Nein. Nichts. Noch mehr Kleiner. Oh, da ist ein Gold dabei. Ich darf ihn nur nicht zu mir rankommen lassen. War da nicht ein Nahkämpfer bei? Nicht, dass der sich gerade untenrum anschleicht an mich. Das wär extrem scheiße. Wenn der nämlich jetzt gleich auf einmal vor mir steht, dann Happy Birthday. Äh, wo ist der? Wo ist der? Wir hätten ja gerade auch nicht geschossen. Das war doch nicht der Typ, oder? Da unten. Wir haben sonst niemanden vor Ort. Das sind des Kriegers. Und ich bin am Arsch. Ein Aufzug, okay. Da kommt der Boss. Oh, weg, weg, weg. Uh. Erste Hilfe, Kid. Oh, ich muss hier dringend weg. Heal. Boah, das interessiert ihn gar nicht. Alter, steckt der was weg. Boah, steckt der was weg, ey. Mein Lieber. Ich hoffe, die hat gesessen. Ich weiß nicht, ich hab's leider nicht gesehen jetzt. Ich könnte mich da nicht nochmal umdrehen. Okay, die hat, glaube ich, nicht gesessen. Boah, ist der wegsteckt, der Typ. Aber er ist sehr langsam. Das ist gut. Ich glaub, die Taktik geht einigermaßen auf. Er brennt. Bam. Okay, sein Gastank ist doch gerade explodiert. Wie kann er noch... Nein. Oh, Alter. Wie kann er denn noch den Flammenwerfer benutzen ohne Gas? Wie geht das? Verflucht, das Ding. Verdammt. Okay, alles im Kasten. Das System ist sauber, der Verteiler ist grün und wir haben genug Saft, um es hier wie in Vegas aussehen zu lassen. Ich mache hier alles dicht, damit uns niemand dazwischenfunken kann. Dabei können Sie mir nicht helfen, also verschwinden Sie. Ich komme später nach. Das reicht fürs Erste. Alles klar, liebe Leute. Das soll's gewesen sein hier für diese Episode. Wir haben Rhodes befreit. Wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Episode. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei auch wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Silent. Vadバat? Hm. Schw cleanse. Unsere quantidade. Ja. Alles klar ist, wenn Sie an đang lesion seen. Was finden uns das? Scheisse oder unsere Leute nicht vorайтесьig? workout 6 ist mein Leben.